Man kann Mods dafür raussuchen, das geht. Nein, ohne Maschinen. Ich hab Bock, das jetzt zu machen. Mach das jetzt. Nee. So, ich will das jetzt mal angucken. Also, stream starten oder... Mach das jetzt schon mal doch. Na, auf YouTube-Livestream jetzt, damit wir scheiße labern können. Ja, aber bei OBS, wo tust du schon da meinen YouTube-Channel eintragen? Ja. Bist du geist... Ach, ich erkläre dir das dann später. Hallo Leute, willkommen... Willkommen im Projekt Minecraft. Wir bauen jetzt ein riesiges Hakenkreuz. Nazi-Stadt. Ja, genau, wir nennen das Projekt Nazi-Stadt. Ja. Das ist mies, geisteskrank. MCM quält Tiere. War so fertig vorgestern, die Gäublein. Total besuchen, oder? Ja, ich war gestern so mies auf NSD weg. Ich hab gedacht, ich sterbe, aber man kann so ein Glück bei NSD nicht sterben. Du Arschloh, mal auf zum Scheiß zu schreiben. Ich sterbe. Junge, das hat sich so angefühlt. So drauf, wie ich war. Man stimmt tagtäglich. Ja. Ja. Vor allem MCM. Aber als ob sie wirklich noch nie Minecraft gespielt haben. Da müssen wir das ganze Spiel beibringen. Ich kenne das von früher, aber wie gesagt, hab ich mich damit beschäftigt. Krass. Na ja, sie werden das Spiel bald lernen, wenn sie dann jedes Wochenende mit uns Minecraft spielen. Ich baue erstmal ne gerade Fläche. Da ist wieder Eichelholz gewachsen, aber ich muss mir mal kurz Werkzeug machen. Ich hab versucht, das gerade hinzukriegen, aber ich kapier's nicht. Du wirst doch hell. Es wird wieder dunkel. Ja, nein. Es wird Zeit zu schlafen. Ja, ich hab keinen Bock hier zu craften. Ich will hier das wegmachen. Ich hab mich jetzt alles dunkel. Hab mich eingebaut. Ich hab mich nicht dunkel auslösen. Nein. Du kannst doch nicht die ganze Zeit schlafen. Ich will abhängig, ich hab keinen Fick machen. Da haben wir doch Bock drauf. Richtig geil, mein Kampf, der Arschfick sagst du. Ja, das muss doch. Mann, warum? Ich bin schon wieder. Ja, ich bin echt in Hungersnot. Ja, wir sind made in Afrika. Made in Afrika. Ja, wir müssen mal ne Frau ranholen. Die gibt uns bitte Milch. Oh, Junge. Du musst Nicole melden, Papa. Alter. Jejeje. Nicole ist so gerade ein Twitch-Äg, gerade ein YouTube-Team beigetreten. Dann wissen Sie, wo ich heute Abend ende. Nope. Im Glücksrad. Bei mir in der Hose. Oh, nee. Bin ich nicht. Ey, Max, hast du gewusst, dass der Mars besser ist als Afrika? Wer? Der Mars, weil auf dem Mars wird Wasser gefunden in Afrika nicht. Nihihi. Redest du? Auf dem Mars gibt's was in Afrika nicht. In Afrika ist das Land, wo die ganzen schwarzen Menschen verhungern. Und die sich dann gegenseitig aufessen. Geil. Auch Algie. Mike, ich sag' ich auch voll rassistisch, weil ein großer schwarzer Mann, wenn du den anguckst, dann will ich so lange verbrühen, bis du tot bist. Ein großer schwarzer Mann. Das ist der Schänden-Tacht. Die Menschen in den Arzt. Ja, das tue ich sehr gerne. Und das beruflich. Denn ich bin Arzt und stecke gerne Menschen in den Finger der Arzt. Oh, ich verhunger schon wieder. Ja, na, wir müssen Tiere suchen. Wir müssen eine Farm bauen. Je. Hat jemand noch ein paar Gehirne? Äh, ich baue erstmal hier eine Grate Strecke. Wie würdest du hier bei den Gebrüten? Junge, warum müssen wir auf dem Weizenfels zu wenig Wasser, da musst du mehr Wasser hin? Ja, das passt. Wir brauchen nicht mehr Wasser. Natürlich, das kann doch so nie wachsen. Doch, kann es. Wirklich? Ja, solange wir Licht haben, passt das. Okay, das ist sehr gut. Mann, ich verhunger. Ich bin gleich tot. Ne, ich hab' wir nicht. Ach, ne, warte, ich kann ja sogar sterben gehen. Stimmt, das ist ja gar kein Problem. Ja, ich geh mich mal aus auf. Das ist gut. Anwendet sich das Ganze in den Tafik. Oh, ich hab' gefurzt. Geil. Geil, darum stehen wir. Ich hab' Durst. Wo ist jetzt mein zu trinken hier? Wo ist das hier rausgekunden? Morgen. Streamlabs, eine halbe Stunde später, bevor ich je geschrieben hab, sagt es bitte auf, zu Capspadden. Ja, das dauert ein bisschen auf YouTube. Gut, jetzt hab' ich wieder essen. Perfekt. So läuft das. Perfekt. Ähm, warum hast du jetzt das Kladesymbol reingeschickt, oder man? Ach, ja, sie brauchen... Ja, wegen dem Bot. Sie brauchen, sie brauchen noch mal Mod. Auf meinen YouTube-Dings. Ich bau' den Baum wieder an. Ich bin jetzt im Baum. Ja, wir werden... Max, sehen Sie mich, ich bin im Baum. Ich bin der Baum. Sie sind so hohe wie ein Baum. Alter. Wie ein Baum möchte es nicht mehr werden. Ja, ja, dein MCM, der ist der beste Arsch. Fickhörnweimer, der fickt mir meinen Arsch immer breit. Oh, ja, MCM, du geiler Lust, neulich. Da sind Schafe, die werden jetzt abgeschlachtet. Nee. Jetzt will ich so an. Mit was kann man schaffen, mit was kann man scharfer anlocken? Weizen machen. Wir brauchen Weizen schnell. Kann mal jemand schnell einen Zaun machen? wir brauchen noch gar keine wolle nein aber man kann die dann werden und dann und dann zu tode fest wird sich natürlich wir machen schafs inzest damals schlau ist doch ein miese schwein was wir machen müssen wir müssten zwei schafe haben die dann vermehren und dann feuren kindern beide umbringen ja das machen wir wenn die dann erwachsen sind und dann machen wir feinsten inzest das war so dass er 100 schafes bonn und dann erst mal das loch zugemacht wie baut man den scheiß zaun in minecraft genau so wie du den hattest nur andersrum also sticks innen und außen die planks er wird auch gerne machen und dann kackt man internet ab ne bei mir geht das voll und wie mache ich einen zaun mit bruchstein so zogen mit bruchstein gibt es glaube ich gar nicht doch gibt sie noch nicht doch bruchsteinmauer heißt das ja da musst du einfach unten sechs dinge hin machen ja das habe ich gerade auch rausgefunden jesu 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 ja das passiert auch wenn wir die tier überhaupt einstamm ich würde sagen wir sperren die bei mcm zuhause ein in der wohnung külp-külp-külp-külp ich finde ich krasbock wir brauchen hier so eine große fläche im haus oder wofür leider was wollen wir denn für riesiges lager bauen das wird kein lager er will das ein loch nach unten bauen und glas reinmachen und dann wenn irgendwer dumm ist einfach das glas und dem abbauen nein so asi bin ich ohne wir machen lavaboden mit glas drüber wenn jemand böse ist das ist dann der folterkeller wo nicole uns dann zu tode foltert da wartet nicole schon auf uns ja auch ich jetzt eine werkbank ich hab schon mal zwei weiße schafe gefunden und geil ich hab dann abgegeben obwohl ich satt bin nein ist das müssen verschwenden wir haben zwar kein erzimmer aber vorweg kommt doch jetzt mit du bist du bist hallo wie baue ich eine werkbank wir haben schon zwei drei stück ja ja sonst haben wir holzverschwendung jetzt folgt mit der hohen sohn werden sie auf das macht man die mit erde da muss nein nicht in der scheißhaus schlafzimmer kommt ja das finde ich dann jeden an den arsch gibt mir mal ein stück weiß nicht ich mache hier oder kamerau kommen sie ran da kommen sie von jungen treffen sie fressen sie das weiß nein du sollst es noch nicht verfressen wir brauchen dass man zwei stück zu kämen kommen jetzt hier nicht durch die tür das ist wieder weg das war scharf ich habe doch mal das war schwarze arbeit nein das ist mein schwarze arbeit im schwarze 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 das ging doch mit weiß jetzt habe ich das scheiß weizen verschwende dure so schafft und es sterben also mcm wir haben noch jeden töten ist der kinder sender in minecraft ja nein 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 was hat er gemacht ich habe alles abgebaut 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 mcm wollen sie vielleicht mit mir und pizza und österreicher im projekt starten das nennt sich minecraft das können sie natürlich auch auf youtube live stream ich habe gesagt ja aber das problem weiß nicht wie man was macht wir werden ihnen das alles beibringen ihre zuschauer werden dann auch mit lachen dann bekommst du mehr abonnenten auf youtube werden sie doch mcm wenn du jetzt ein stream anmachst wie wie du gerade microsoft lernt du hast tausende von zuschauern doch das das ist einfach nicht ohne scheiß also denkst warum wir so lachen die werden mit lachen sich da hast du dann tausende von zuschauern die werden nicht feiern ja mcm wird nicht mit na doch dann kommen die memes junge mcm ist der minecraft gott ja ist halt so mcm du geiler lust was machst du denn jetzt Max Mann mcm hören sie auf Max komm her ja warte ich muss kurz was wegbringen ich glaube bald ist das haus voll mit nein hör doch auf mcm das sieht doch gut aus nein um Gottes Willen ich lach mir einen ab mcm ich hab sie lieb ja halt auch ganz tolle sie müssen das holz weiter verarbeiten bis dann ja ich bin oben als anderes mann nicht nur holzform dann gehen sie doch dann gehen sie doch essen suchen einfach Tiere suchen dann einfach tot machen ich will auch was bauen dann bauen sie die dann musst du aber das holz normal hinsetzen also weiter verarbeiten dann kannst du auch mit bauen mcm mit minecraft einfach minecraft experte man der neue kamerati bestimmt das ist genau so ich habe Sauerstoffmangel und heute noch nicht gegessen ich fall vielleicht tot um zu viel gelacht hatten wir mein ganzes essen was ich noch von gestern industriegeklar Jetzt falle ich gleich, tut irgendwann ich Hunger hab, wie Sau. Zu wenig gegessen. Hä, wir spielen die denn? Ich hab auch gar nichts zu essen daheim. Er spielt re-life, Max. Ach so? Ist einfach nix zu essen, einfach sich selber messen. Was machst du denn jetzt? Ein Haus. Ein Haus im Haus. Junge. Das war's, nein. Meine Einruhm. Meine Einruhmhütte. MCM, jetzt streamen sie Minecraft, Mann. Nee. Doch. Weil ich darauf keinen Bock hab, mein Kopf zu streamen. Junge, aber das ist wirklich mies zu. Ich nehm' mehr ein. Oh. Alter. Und noch brauchen wir's noch. Junge. Jetzt klatscht. Schlagen sie mich nicht. Dann fände ich dir an. Nein, dann fängt das scheiß Holz an zu machen. MCM, hören sie aus. MCM, ich hab' eine Idee, was sie machen könnte. Kommen sie mit. Folgen sie mir, MCM. Ich hab' eine Aufgabe für sie, da können sie bauen. MCM? Ja, ich bin auf dem Weg. Du siehst doch da hinten die Insel. Wo? Da hinten. Ich weiß sogar, wo du bist. Ja, ich bin hier unten. Hier. Und du geisteskranker. Ich bin hier. Oh, sorry. Komm hoch. Alter, was geht denn jetzt auf? Alles vor der Erde. MCM? Ja. Du siehst doch die Insel da hinten die Kleine. Da kannst du ein Haus bauen. Da hinten. Jetzt setzt sie den aus. Nein. Nein, ich wollte die Insel bebauen. Auch noch. Ey, what the fuck Österreich? Warum versuchen sie in Lava zu finden? Ich bin hier klar, dass du... Aber du hast doch eine Schaufel. Kannst du bar, bitte? Ja, ich mach' das alles weg. Feier' ich. MCM droht uns einfach. Ich baue meinem Haus. Ich habe einen Mengen schon Zuckere. Ja. Ach, bau einfach alles ab. Bau einfach die ganze Insel dort hinten ab. Put ein Haus drauf. Bauen sie uns. Bau die einfach ab. Komplett. Bau sie einfach weg. Bau sie einfach ab und dann tu da ein Haus draufsetzen. Fahr ein Haus unter Wasser. Am Ende ertrinkt MCM. Ey, ich komm' nicht mehr hoch. Wie kann man schwimmen? Sorry. Sorry MCM, dass wir... Dass wir lachen meistens. Ich wisse die Minecraft-Funktion. Ja. Es tut mir echt so leid, dass wir die ganze Zeit lachen. Aber das habe ich mir wirklich nicht. Es tut uns leid, falls sie sich beleidigt fühlen. Aber es ist einfach so lustig. Ja, sorry. MCM, sie müssen mal Weebes darüber machen, wo sie ihr Gesicht auf Steve Fotos shoppen. Nein, sie sind ein cooler Typ. Es macht halt ihnen Spaß zu zocken. Ich muss aber dann ja mein Call of Duty weiter streamen meine Story fertig machen. Ja, dann kommen sie später wieder, ne? Ja. Ne, ich geh jetzt nicht raus. Das ist mit dir, du Affe. Du Affe. Du Affe. Du Affe. Das ist so geil. Wenn die Probleme ist, sag Bescheid. Problem. Herr Österreicher, Mann. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Ich habe probiert, damit dass sie gegangen sind. Sie sind einfach weg. Ja, sie fehlen uns jetzt schon weiter. Mein Charakter tut mir leid. Ich muss doch wiederbeleben drücken. Ausgegeben. Sanitäter. Aus dem Tisch noch mal ne Runde Fieber zucken. Nö, Fieber. Na ne Runde. Bauen sie denn das Feld ab? Das geht doch nicht. Auch haben sie denn die Fackel abgebaut? Das geht doch nicht. Ne, Entschuldigung, dass die Fackel abgebaut hat. Aber es geht nicht auch los. Sie war im Weg. Sie war im Weg. Scheiß Fackel war wirklich im Weg. Bauen die Fackel wieder hin. Ah, danke. Wo habe ich jetzt die Weizen sagen? Jetzt habe ich ihr verloren. Mein Arschloch. Hat sie deine Oma da drum bitte bauen? Das wäre natürlich heißer Scheiß. Geil. Haben wir es? Ich weiß nicht, was ihr habt, aber Max guck mal in meine Hand. Geil. Enchanting. Enchanting. Weil meine Eier kaputt geht. Was, mein Trailer? Ja, komm. Ey, Junge, du Fotze. Wenn ich hier in die Fresse rotze. Yeah. Jetzt fängt der MZ am an zu rappen. Das ist... Geil. Hast du genug Leder? Ich habe keine Lehrer in der Hose. Was, was? Hallo. Ich bin einfach nur müde in Kaput, Junge, 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 Junge. Ich glaube, ich glaube, die Kolbus war erst. Hast du Bücher oder soll ich Bücher Regal fahren? Was hast du ne Muschi Regal? Form bitte, danke. Form deine Muschi. Finde. Ich glaube, Nicole muss man MZ kennenlernen. Das wäre lustig. Ich bin aber ein bisschen pulmiert. Ne, ich bin ein bisschen afghan. Jo. Dann Afghanistan. Weil sie gesagt hat, bist du afghan. Ja, geht kurz um die kleinen Kinder verstecken spielen. Der Österreicher muss erst mal auf Porn abbestimmt. Ei, Junge. Wir müssen Nicole dazu bringen, dass sie auch mal auf Discord kommen, denn die muss MZM kennenlernen. Ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Schlank wenigstens. Was? Was? Was haben Sie gerade gesagt? Ob die schlanke ist, habe ich gefragt. Ja. Ja. Hübsch. Sehr hübsch. Da liebe ich sie gerne. Oh, du hast doch schon eine Freundin. Keinen Gründen, keinen Hinder. Ja, der deutsche, ja, mein schönes, lieber mein Zuschauer, herzlich willkommen. Willkommen bei MCM, er wird euch beibringen, wie man richtig Minecraft spielt. Oh, ich bin schon im Halbfinale. Im Halbfinale von was? Max, gucken Sie mal in die Gruppe. Ja. Karriere bei einem Halbfinale. Junge. Ja, ich kaufe mir am Montag, nächste Woche kaufe ich mir erst mal Fieber, 20 für PC. Alter, ich mache mir eine neue E-Mail-Adresse, gibt die E-Mail-Adresse Nicole und dann mach einen Discord-Account drauf, da muss er sich nur die E-Mail-Adresse haben, die habe ich da. Wirklich? Ja. Seine echte E-Mail-Adresse? Ja. Erstmal überall damit auf vorne. Die Wiese wieder kommt, weil ich gesperrt worden bin, eine Warnung gekriegt habe, weil Rainer Winkler mich gemeldet hat. Warum hat er nicht gemeldet? Da wegen dem Video von, wegen Hatern. Tja, der hat nicht einfach gemeldet. Ja. Oha. Das ist aber nicht gut. Wir brauchen mehr Zuckerrohr, Max. Na, da wächst doch, wenn ich das war. Wir brauchen es gar nichts. Das hat den Bock. Halt's Maul. Ich hab Hunger. Hast du Bock? Hast du Knast? Ich hab Knast. Hast du Knast? Ich hab Knast. Ich hab Knast. So! Verzell Tee-Crew! MC-Max, Max. MC-Max. Alles ist so schwarz. Ups. Alles ist so schwarz. Wir wissen, dass hier ne Nazi-Flagge hier drin ist. Ist ja okay. Hey, Hitler. Ich bin auch für ne nationale Volk, jo. MC-M spielt die nationale Fußballmannschaft. Hey, Hitler. Und Adolf Hitler ist der, der am meisten Gas gibt. Der auf dem Feld. Halt, freit, ihr Wichser! Was? Die Deutschen waren nationale Fußballer, auch wenn du's nicht glaubst. Nationale Fußballer. MC-M wird heute Abend Bundeskanzler, hab ich gehört. Hast du nen weißen? Wir brauchen noch zwei weißen Wolle. Ah, das ist auch ein weißer Stein. Das geht schon. Ein weißer Stein? Ja, ich brauch einen weißen Stein. Weißen Stein. Ja, einen weißen Stein. Wofür? Der hat drei geschossen. Martin? Im Zermot, welcher Schwierigkeit spielen sie sich hier auf einfach oder auf ... Mach da ein YouTube-Video, wo es kommt. Ey, Max, kommen Sie mal her. Ja. Ja, Moment. Ich tu grad Tiere farben. Junge, ich hab Kürbisse gefunden. Und übel viel Kühe. Mann! Mann! Ich hab's genauscht, aber ... Ich hab's genaue Kölben! MZ. Wusstest du, dass du dir Minecraft aufm Körbis aufm Kopf setzen kannst? Ja. Geil! ich habe ein halbes herz ja so der huhr hat mich vergiftet nein scheiße sie haben das jetzt nicht gesehen doch halt das maul max gucken sie sich das an gilt das auch als schwarz was rot ja aber wo ist das rot wieder weg das muss besser gebaut werden okay ich bin da mal raus ich mach dann stream erst mal heute ist der präsident waffleisen was man verlassen sie uns jetzt wieder ich bin weg ich bin weg ich mach dann stream ja ich stehe ja auch mcm aber halt auf youtube ein ob twitch macht dann was will max so ich spiele ich spiele auf twitch witzigen sie mal so war heute wahltag ist stimmt heute ist walter ja ich will und gehe auch nicht wählen die können mich alle aus dem max text bilden nein max bist du dumm alter geht 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 der npt wettbewerb sofort ab ich gehe nicht an die die bist du bist du durch im kopf ich gehe doch nicht die scheiße mpd will ich will die nrp haben jetzt ich baue jetzt meine kartoffel ab und nicht ab und nicht erst mehr dadurch kriegt man recht gutes essen durch eine kartoffel ja dann machen wir auch ein kartoffel ja das schmeckt ja mach mal machen wir noch hat muss man das feld noch weiter in den berg reinziehen und noch weiter machen ich habe kürbiskerne mitgebracht ihr Leben von mir und mir immer sagt er warum nicht in dem Wasserkehren nimmst du dich als kürbiskerne was das feld auch mal weil er hier hat sie immer mehr kürbisflucht und muss auch mal ein bisschen wasser wieder setzen ja mach ich war da hast du wasser in der eigenen kiste beim österreichischen steckt was der österreichische online-pizzaschachtel wo ich mein staff meine kiste ist alle wo ich mein eisen wie hieß denn der eigene österreich hat damals wird jemanden auf der ps3 maincraft gespielt und hat immer ich war es halt die kisten weggeklappen und sowas danken abgelehnt ich gehe mal kurz meine fischstäbchen wiederholen ich bin gleich wieder da sag euch bescheid wie gesagt wenn ich gleich gehe könnt ihr euch erst recht den abfeuern ich kann nicht zugucken immer noch da machst du mal dein game aus das ist interessant fragt max ich danke ich lehne dankend ab meine rote mein spiel ja ich habe aus versehen zu hart getreten ich glaube was ich gerade macht wird den österreicher gar nicht gefallen ich glaube du sollst du nicht sagen ich glaube ich habe was zu tun du mieses Klauschwein wie wechsel ich hier aus indem du auswechselst wie das geht bei Fieber na du musst den Knopf in der Mitte drücken also die PS-Taste was für eine Taste was für eine Taste die PS-Taste er spielt auf dem PC achso genau dann musst du Steuerung alt F4 drücken ich spiel mit Controller ja mit was für einem Controller xbox da musst du die Taste in der Mitte drücken hä ich spiel am PC ey du warst dich doch gerade ja mach das eh da muss Steuerung alt F4 drücken mcm hallo 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 Max ja ich habe unser Schlafzimmer verschönert ey Junge du geisteskranker gefällt dir das? ja hä hä wer war der gerade drinnen? jetzt Alter wenn der wiederkommt sagt wo ist mein fucking Wurzeln wo ist meine Kohle hin hupsala ich habe das ja aus Erzten gebaut das ist egal scheißegal ich habe noch ein bisschen Schweinefleisch gefahren hast du die Kürbisse angebaut das ist feldbreiter gemacht für die Kürbisse ne ich bin gerade dabei ich bin am verhungern ich bin nicht mehr so schnell ja ich hab doch Essen ich bin da weg ich muss was essen jo 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 jetzt bin ich ganz alleine ich bin da wir sind alles miese osteuropäer ja ich würde jetzt dass man den stream und hier